Wieder nix. Wie war das eigentlich bei dir und deiner Frau? Ich bin zu ihr hingegangen und hab gesagt, hallo, ich bin der Karl. Hallo, ich bin Anne. Erhöhen Sie Ihren Dow Chain Index. Der Geheimcode für Ihren Traummann. Bier, werde zur Lady, die weiß, was sie will. Den Kopf gleich zur Seite, die Haare zurück. Küsse den Mann und nimm dir dein Glück. Sei eine Frau, deine Liebe wird wahr. Gerissen und schlau, deine Liebe wird wahr. Hör auf unsere Tricks, erhöhe deinen Dow Chain Index. Hör zu, Christian. Bei deiner Untersuchung sind wir auf gewisse Anomalien gestoßen. Das CT hat... Das heißt? Das heißt, dass ich dich hier behalten muss. Aber mir ist doch nur ein bisschen schwindelig und die Kopfschmerzen... Ich denke, dass es in den nächsten ein bis zwei Tagen schlimmer wird. Schlimmer? Du wirst sehr starke Kopfschmerzen bekommen... ...und dich oft übergeben. Ich werde was? Das ist doch ein Scherz, oder? Christian. Du hast einen Tumor im Gehirn. Ich kann... Ich meine... Es ist sehr ernst. Ja, hallo. Glätte. Äh... Der Wagen ist, äh... Fertig. Ja. Du kannst abholen dann, ne? Tschüss. Tschüss. Das ist Wasserfarbe. Der Sack hat dir scheiß Wasserfarben verkauft. Wasserfarben, ich dachte... Mann, ich kenn mich mit dem Scheiß auch nicht aus. Ich kenn mich mit dem Scheiß nicht aus. Ich will, ich muss heulen, bäh. Toll. Und tschüss.